Ja, willkommen zurück. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Leibold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squat-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wäre es mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ich habe eine Idee für euer Squat-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wäre es mit einem Wischmob? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmob dabei zu haben. Wie wäre es mit einem Einhorn? Ja! Private! Sag dich ja! Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Wie wäre es mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Wie wäre es mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidi... beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Wie wäre es mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu Decke aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wäre es mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Mit Altrosa? Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Dann will ich mal. Tun wir gut. Ich habe nicht genug Essa. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiger Schmetterling. Ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist, du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaube ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaube es ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von denen. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Äh, Stühle? Kann ich die mitnehmen? Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Brauchst du die, brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben, dann eben nicht. Gehen wir mal rein, gucken wir uns das sofort drin an. Ey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar fronto, äh, pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ach, worauf du ein... Moment mal, das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Ne, 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 ne. Guck mal so schnippisch. Sergeant Bambi. Oh. Na denn, ab ins Cockpit. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Okay. Oh, Toni. Ah. Rufus. Setz dich doch. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals? Bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes. Und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fiss getroffen hätte. Ach, Rufus. Entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Okay. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen? Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Okay. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ein Widerstand scheint sicher einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... Organisiert. Langweilig. Pupsig. Dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Portafisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Hey, bitte. Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... Naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breit gesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Okay. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten? Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Ja. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die. Das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Oha. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäusten noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Komm, Toni. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Drey. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus. Du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Das ist geil. Oh, ich gebe es auch wirklich. Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Okay. Das ist noch... Was ist noch nicht vor? Äh, aber... Keine Eile. Moment. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lottie da schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lottie hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay. Hormone. Hm. Ist da noch irgendwas, was ich machen kann? BB-Funk. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ja. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? BB-Funk, hier gibt es noch ein Poster. Gehen wir mal zurück zum Hack. Kannst du was mit dem Brief anfangen? Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo. Äh, würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi, Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ähm, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir, bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Uzo, geht es ihm gut? Tja. Boah. Lebt er noch? Sag schon! Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Bozo ist bei seiner Familie. Am besten du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo, ich komme. Jetzt ist Bambina wieder... Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu. Der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Ich habe jetzt... Warte. Wo ist das witzig? Gehen wir nochmal ins Kopf mit. Wir haben jetzt die Tauschfunktion. Ähm. Machen wir Inventar. Leer, oder? Der Klappstuhl da unten? Nee. Aber wir könnten jetzt mit... Wir haben jetzt Grünfuß hier. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufusse? 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 Na los. Ihr kennt das Spiel. Pusch. Will ich die Pillen hier hingeben? Das wird ihr jämmerliches Siegtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Er steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes... Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Hm. Ähm... Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus... Aber Herr Rufus, Sir... Schon klar. Mein Fehler. Vergesst es einfach. Ich möchte aber hier hin. Wahrscheinlich gibt es hier eine Kiste, wo sich der andere Rufus verstecken kann, oder? Ähm... Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus... Aber Herr Rufus, Sir... Schon klar. Mein Fehler. Vergesst es einfach. Ähm... Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Und jetzt schön brav stillhalten. Ist das klar? Was genau haben Sie vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Tadadadada! Okay, was finde ich jetzt da drinne? Äh... 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 Ne, die ist fest verrammelt. Irgendwann ist garantiert die Antenne. Mit diesem Plunder würde ich nicht meine Pappschachtel aufkriegen. Da brauche ich schon richtiges Werkzeug. Okay. Ist jetzt hier... Kriege ich die Brechstange her. Oh, Rufus. Gib, 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 gib. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar! Ich meine... Ja klar, Kumpel! Nimm ruhig! Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel! Hm, verstehe. Hey, Lotti! Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das... Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Ja, aber so, Hansen... Ich sagte... Nein! Oh. Aber jetzt kann ich doch das Brecheisen... Käpt'n Kali hier vorne geben. Jetzt kann er mit dem Brecheisen... ...kiss sich nehmen. Bananen. Naja. Hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Okay. Gehen wir jetzt wieder runter. Das war mindestens eine 10.0! Okay, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao! Ciao! Ciao!